Hallo und herzlich willkommen bei Stefans LP und Alien Isolation, Folge 6. Ja, beim letzten Mal sind wir ja leider gestorben, also sind wir wieder hier in der Transitstation und müssen wieder da hoch. Gut, dann halten wir uns mal nicht mehr lange auf hier und maschinen direkt mal los. Das kennen wir ja hier schon. Zugangsgut. Kennen wir. Dieses Zischen hasse ich wie die Pest. Tja, wie machen wir das? Hm. Oh, scheiße. Jupp. Gehen wir doch mal los. Juppala. Hör mir genau zu. Du musst sofort die Arbeit verlassen. Claire einsammeln, die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sie sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde sobald ich kann zu dir kommen. Okay. Ich glaube, die Katze ist tot. Das haben wir ja in einer der vorherigen Folgen gehört. Ja. Versuchen wir es mal hier nochmal. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsgeber nicht für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Ganz genau. Ich verstecke mich. Pssst. Bitte, bitte, bitte. Kann ich die nicht ablenken? Weiß dich zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Der ist genau hier links neben mir. Treppe hier. Ha. Warum habe ich diesen Auftrag nochmal angenommen? Weiß ich nicht. Ich weiß, warum ich hier bin. Oh, oh. Da hinten steht einer. Scheiße. Fuck. Na gut. Und nochmal. Tüt, 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 tüt. Habe ich nicht irgendwas, um die abzulenken. Mit Medikit werde ich sie nicht ablenken. Mit einer Leuchtfackel vielleicht. Ich muss die irgendwo hinlocken. Gucken wir mal. Wisst ihr, was wir machen? Ich lock die hier hin und dann verstecke ich mich hier wieder in dem Schacht. Wenn die weg sind... Hehe. Bin ich hier. Uh. Uh. Nein, nein, hier ist niemand. Meine Güte, ich bin frustrierend. Und nochmal. Tüt, 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 tüt. Bitte was? Hier stand jetzt nicht gerade rein zufällig. Re-Wolver-Munition. Hör mir genau zu. Du musst sofort hier weiter verlassen. Ich muss hier irgendwo verstecken. Die Katze abholen und nach Hause gehen. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich hab diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hat etwas in seinem Mantel versteckt. Er hat direkt durch mich in... ...gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde sobald ich kann zu dir kommen. Ich glaub, das Band war ein bisschen am Leiern. Ja. Ähm. Wir kommen von da runter. Das heißt, ich könnte mich... Ja, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ich könnte mich hier oben verstecken. Äh. Okay, das machen wir. Genau. Und jetzt aber mal schnell hier. Sucht ruhig da. Ich bin hier. Ja. Wo muss ich denn hin? Äh. Datenzeile finden, um... Okay. SZG. SZG. Sicherheitszugangsgenerator heißt das, glaub ich. Okay, okay, okay. Ich bin da. Da ist der Aufzug. Und... ...wenn ich da. Und dann hier so rum. Und danach da. Ist eigentlich der kürzeste Weg, ne? Okay, versuchen was. Schön langsam, schön ruhig. Küche. Ach, Gerät unzureichend. Ist euch aufgefallen, dass es kälter wird? Heizung anstellen? Da fällt mir nur ein Spruch ein. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Wie komme ich jetzt da hoch am besten? Ach, ja. Hm, 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 hm. Ich hoffe, hier oben ist... Fuck, 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 fuck. Ich glaube... Hey, du! Leute, wir haben hier einen Eindringling. Okay. Ansatzweise war das aber gut. Das schaffen wir hier noch. So, nächster Versuch. Ich möchte dabei betonen, ich habe das Spiel extra nochmal im Nachhinein auf schwergestellt. Kann sein, dass es daran liegt, dass ich da jetzt ein bisschen schneller als sonst sterbe. ich würde. Na nü? Bleiben Sie zurück! Ich sehe! Schlechte Schützen. Leute, hier drüben! Hier ist jemand! So, das heißt, direkt dann gleich nach links. Okay. Ist ja jedes Mal was anderes, was hier zu suchen ist. Da! Revolver-Munition an! Heißt das, wir kriegen irgendwann mal einen? Ohohohohoho. Wir müssen einen sicheren Ort finden, bis Siegsen ein Schiff sendet. Ich habe diesen Typ gesehen. Ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Der mit der Baseballmütze. Riecht komisch. Er hatte etwas in seinem Mantel versteckt. Sah aus wie eine Waffe. Er hat direkt durch mich hindurch gesehen. Sprich mit niemandem. Niemand darf wissen, wo du hingehst. Ich werde sobald ich kann zu dir kommen. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein sogenanntes getriggertes Event. Das heißt, bevor ich da dieses Gerät bekomme, tut sich hier nichts. Kann man ja mal gucken, ob man sich hier bewegen kann. Wenn nicht, machen wir noch einen Versuch. Aber dann weiß ich's. Ein Schachspiel. Hier war der Sicherheitszugangsgenerator. Ich weiß, es ist nicht ganz fair, aber... Das Leben ist halt nicht so fair. Machen wir's schön neblig hier. Gucken wir mal. Wo ist die? Ja, kommen die von da hier hin. Ist ja irgendwas am klicken. Aha. Also da müssen wir nachher hin. Offensichtlich. Trick 19. Dann machen wir das mal auf diese Art und Weise. Schön neblig hier. Hehehe. Strom wiederherstellen. Na. Gucken wir mal, was wir hier haben. Gucken wir mal. G Gleich. Gucken wir mal. Och ich dann. Gucken wir uns mal. aos geht's. Gucken wir mal. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Lass mal Schnalder nötig. Aha. Okay, kann ich hier was bauen? Ja, ich kann bauen. So. Dann bauen wir doch nochmal rein. Ist das Ganze hier nur an? Oder muss ich das nochmal aktivieren? Hm. Ich muss das nochmal aktivieren, ne? Okay. Gut. Ähm. Wir versuchen es mal. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fahrstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin, dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Diesmal nicht. Hier lang. Sie war unten. Siehst du was? Fuck. Nein, doch. Wir sind nicht allein. Ich hab da drüben jemanden gesehen. Ah. Mhm. ... ... ... ... ... Das ist aber schnell. Boah, guckt euch mal die Aussicht an. Trümmerteile, Schrott. Mein Üter. Ja. Wir sind weiter. Sie hat einen Hacker. Das hat nicht funktioniert. Wir finden einen anderen Weg nach oben. Wir sind schon zu lange hier. Sicher? Kommen die jetzt hier runter? Hm. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh, ho, 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 ho. Oh, Mama. Hört ihr's? Mhm, mhm, mhm. Ich hör's doch hier rumlaufen. Ich hör über einen Speicherpunkt. Er piepsen ist ein Speicherpunkt. Ah. Wo bin ich denn jetzt hier? Na, super. Ich glaub, das wird heute mal ne etwas längere Folge. Ich will's wenigstens noch schaffen, bis zum, ähm... ...Speicherpunkt. Okay. Ich würd' sagen, Hack oder Kack. Ich muss. Was soll's? Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Aber... Jetzt geht es nur noch im Schleichmodus. Karte. Da haben wir den hier. Tech Support. Werkarchiv. Oh, mir geht die Pumpe gerade. Speichern. Aber erstmal gucken wir, ob wir hier irgendwas haben. Was? Revolver. Hahaha. Und eine Schlüsselkarte. Was? 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 Was steht da? Geringe Energie. Super. Ja, Kinders. Ihr seht, die Folge ist fertig. Wir sind am speichern. Ihr seht, dass es verdammt spannend ist. Und ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, lange dauert es nicht mehr, bis wir das Alien sehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer lieber Stefan. Bye, bye. Und habt einen schönen Tag. Fuck. Inische